Und damit, willkommen zurück. Was? Es nimmt Züge an. Es nimmt keine Züge von der Motto an. Motto war einfach nur abartig. Aua, hallo? Gehst du mal nicht hinten von hinten? Ich will nicht brennen, danke. So. Die Leute geben weniger, theoretisch geben sie, die geben genauso viel Heilung, wie sie vorher gegeben haben. Blo, kannst du halt dem, kannst du weniger Schaden insgesamt machen, weil die halt dem weniger Leben haben, ne? Darum geht's. Deswegen ist es schadensabhängig. Na, ich geh schon mal rein, wo du wieder da bist. Ja, ich komm gerade angerannt. Diesmal hab ich leider nicht so viel Energie. Aua, hallo? Oh, tritt mich nicht. Ich hasse wieder seine Natur überwieder, ey. Macht Schaden. Ja. Au, 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 au. Oh, moin. Das ist der Angriff. Ja, ich weiß. Nicht getroffen. Ja. Ja, so verfolgen das ist jetzt nicht. Bonk. Sag der Bonk. Hallo? Willst du jetzt mal sterben? Nein. Ah. Ah. Wir haben trotzdem noch angegriffen. Ich seh deine AP. Huhu. 10% an Waffen. Ja, wir holen. Na? Ei, ei, ei. Hurra! Ja, ja. Ey, warum holst du dir denn nicht diese Waffe an? Ja, würde ich ja gerne, aber kann ich nicht. Kann man irgendwie hoch? Ne. Schade. Es gibt hier drei weitere, zwei, also das, das, das hinten ist auf, nein, nein, erst mal den anderen Weg. Erst mal die anderen Wege. Da sind noch Gegner. Hey, auf anderen Wegen. Nein. Na, bevor du deine Attacke machst, wirbst du. Gibt es hier jetzt irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es nur den Tod. Ich weiß nicht, wieso es diesen Raum hier gibt. Hey, ich habe was gesehen. Auf deiner Seite. Ah. Reißverschluss. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich an einen Reißverschluss. Nach Treppe. Was? Leiter. Also nicht Treppe, sondern andere. Naja. Ich bin in einem Lagerhaus. Hallo. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Die Treppe rechts, links hoch. Wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwas tötest du, ja? Ich mag es hier runter zu gehen. Was ist, was ist das hier alles? Äh. Nein. Hör drauf. Was ist das? Was passiert, wenn ich drauf schlage? Ah. Oh, das ist... Oh mein Gott. Also weiß ich, was diese Balken bedeuten. Das eine ist für... Das sind... Ähm... Statusse. Starten. Status. Status. Ein Status, zwei Status. Ich habe geschielt. Weil ich habe gerade irgendwie Kälte oder Radioaktivität oder sowas fast voll bekommen ausgesehen. Modellkriegersäbel. Keine Ahnung, wo ich jetzt mittlerweile bin, da. Hier geht es... Ja auch nicht. Irgendwo hin, okay. Laufen wir uns wahrscheinlich gleich entgegen oder so. Ah. Okay, ich habe hier was, was ich nicht aktivieren kann. Oh, ich stehe hier schon. Okay. Huh. Einer gestorben. Materiellbeschleuniger. Ich habe hier auch irgendwas zum Aktivieren. Ich weiß nicht, was das ist. Ich benutze es einfach. Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Ich bin... Äh... Da, wo die den Boss besiegt haben. Den großen Raum, wo wir die zwei... Drei Gegner da besiegt haben. Da ist links, wo du hingegangen bist, ist ein Reißverschluss. Dann bin ich immer da den Weg lang gegangen. Dann habe ich keine Ahnung. Ich glaube, wir kommen zum nächsten Boss. Lol, hä? Hä? Okay. Da unten gab es nicht noch mehr wie hier? Ich weiß das nicht. Da. Ich werde es gleich erfahren. Nach dieser Fahrstuhlfahrt. So. Und denn... Und jetzt... Gab es hier noch einen Weg? Ja, hier irgendwo. Ja. Ah, hi. Genau. Kann man hier irgendwie... Zugangst an zum Ministerium. Aha. 10% der Daten. Du fängst gerade an. Fasst dich auf. 3.333 Aktionen dafür bekommen. Oh. Jetzt sind wir... Guck mal, man wird belohnt, wenn man Fortschritt sammelt. Jetzt sind wir hier. Ah. Mein Gott. Ah, interessant. Huch. Fortschritt. Säule nicht zerstören. Wait. Ah. Ob man die vielleicht so zerstören kann, dass man... Obwohl, nicht zweiflich. Ah. Nee, die haben keine Kollision mehr dadurch. Okay. Interessant. Da gab es halt noch einen weiter Weg. Da kann man irgendwie auch noch zu einem Boss. Was mich jetzt auch... Dezent. Ja, aber ich habe auch noch einen Weg gehabt. Und da ist ja noch eine große Treppe. Ja. Gehen wir erstmal den Weg jetzt geradeaus. Es ist... Es ist so verwirrend hier. Ja. Aber so dezent. Hier war die Lagerhalle. Ja. Hier lag dann hinten so ein Schild. Dann konnte man hier runter. Ein Stückchen, ja. Da kann man hier die Treppe rauf. Und am nächsten... Und hier ist was zum Aktivieren, meine ich. Soll gehen? Ja, das kann ich nicht aktivieren. Oh. Aha. Oh. Wazur? Bei diesem Shop da, wo... Also aus der Lagerhalle raus, geht es ja noch weiter. Ja, das war halt nur das Lagerhaus da. Das stimmt. Ja, aber trotzdem wurde es... Bisschen... Naja. Aber ist hier noch was? Nee. Kann man auch nicht zerstören. Oh Gott, die beiden Ringe sind wieder übereinander. Oh ja. So, wo lang? Jetzt? Da lang. Okay, verdammt was. Hier geht es auch... Wo lang? Ach Gott, so verwirrend. Oh. Ja, so ein Zeichen hatte ich auch. Über meiner Tür. So ein Zeichen hatte ich auch. Hier kann man reisen. Kann man... Äh. Äh. Nichts machen? Okay. Jetzt nicht zum Reisen. Reisen sind... Excess denied. Okay. Hm. Okay, wo geht dann der andere Gang lang? Äh, nichts versteckt. Okay. Wo geht hier der Gang lang? Welcher? Äh... Äh... Andere halt von denen. Sie sehen ja gerade aus. Hier geht es auch noch nach rechts. Ach so, der... Okay. Das ist eine gute Frage. Hier ist eine Hand. Bango, gango. Machen wir uns beide gerade gleichzeitig. Ja. Du kriegst erst mal wieder... ... die Bewertung. Bango, gango. Du bist wieder... ... Held. Ja, das ist auch irgendwie... Wenn man drauf achtet, dann sieht es... Roter Säbel. Ah. Ah. Hier sind wir. Reflexe. Doch. Ich geh nochmal für dich. Ja, ich mag die nicht. Okay, hier ist jetzt... Oh. Kann man zerstören, oder? Nee. Gibt es noch einen Gang? Hier liegt noch was. Und bei Aktionen, okay. Man hätte es ja auch... Aktionen nennen können, ne? Statt Aktionen. Klingt fast genauso. Hm. Ja. Ich will mal schön umgucken. Nochmal mehr Aktionen, okay. Ja, gen... Zerstör mal so'n Ding. Wovor ich stehe? Hüppu. Du hast mich erschreckt. Wifi? Du hast mich definitiv erschreckt. Weiß nicht, wo der jetzt herkam. Huh. Undeleted. Genau. Au. Genau. Das habe ich auch gemacht. Und das waren ein paar mehr als das. Hm. Hier ist eine grüne Hand. Äh. Äh. Bin ich jetzt hier? Ah. Ah, okay. Ich komme gleich wieder zu dir hoch. Ist in Ordnung. Da ist die grüne Hand. Wie gesagt. Da ist irgendwas im Essen. Da ist irgendwas in den Medikamenten. Zwei von hundert Möglichkeiten, um zu schaden. Sie haben gelogen. Sie haben alle gelogen. Okay? Oh. Ich weiß nicht, dass da ein Abgrund ist. Achso, ich muss mal Licht wieder machen. Hier ist halt nichts mehr. Gut. Dann wollen wir mal zu der Tür. Äh. Hier ist hier nichts. Was? Wofür? Wo geht denn die große Treppe hin? Hier im Bossraum. Äh. Irgendwie. Wie viel brauchen wir in der Waffe eigentlich noch? Die ist doch Säulenmeisterung. Okay. Habe ich freigeschaltet. Was macht das jetzt? Ähm. Steht daneben. Ne. Steht da nicht. Steht nur Säulenmeisterung. Bei mir steht... Äh. Mein Dagger hat jetzt so weit erreicht, dass... Dann steht da jetzt... Äh. Schadenszuwachs. Und rechts daneben verbessert Kampffähigkeiten, verursachen Schaden. Mehr Schaden. Für mich steht Säulenmeisterung. Verbesserte Kampffähigkeiten. Ja und was steht da rechts daneben in einem langen Box? Guck in den Stream, dann siehst du es doch. Moment. Was? Säulenmeisterung. Gut. Ja und was hast du so gemacht? Säulenmeisterung. Was macht das? Doch Säulenmeister. Ja. Geil. Bester Raum ever. Ah. Hurra für Sinnius. Teilweise echt. So ein geiles... Hallo, auf zur Kommando-Brücke. Ah, hier ist ein Riss. Ähm. Moin. Ein Roboter. Sprechen. Wer zum Verteufel bist du? Wie bist du hierher gekommen? Geil dort. Kannst du mich verstehen? Sag mir, wer du bist. Äh. Ich bin dein Abkönig des Autors, ja? Du trägst den Anzug. Dann hat die Maschine also endlich begonnen, sich mit der Fortpflanze zu befassen. Noch eine synthetische Lüge. Ich kann es kaum erwarten, von hier zu verschwinden. Ich war... Ich bin für den Betrieb von Irid Novo verantwortlich. Ich konnte die Erde und Elyon lokalisieren. Wir können von hier verschwinden, wenn ich das Interface reparieren kann. Du siehst aus, als könntest du selbst auf dich aufpassen. Was weißt du wirklich darüber, was hier vorgeht? Äh. Nichts, was sie im Moment erklären könnte. Dachte ich mir schon. Tja, dann komm wieder, wenn du etwas in der Farm gebracht hast. Ich kann dir im Moment nicht helfen. Bin jetzt rum, oder? Was willst du? Ermöglicht die Energiegewinnung aus mitgeführten Aktionen zur Erhöhung der Reflexe, mein Schatz. Ach, Techn... Oh. Ja, Aktionenkondensator. Technikstation. Äh. Lass mal das zerlegen. Zeig. Weiß Sachen, die ich nicht ausrüsten kann. Deppenschild. Aktionenkondensator. Modell drucken. Irgendwas Neues? Natürlich nicht. Dann mach mal den Riss auf hier. Moment. Aber wenn hier so eine Zerlegtstation ist, frage ich mich gerade, wo sind die anderen Stationen? Ermöglicht die Energiegewinnung aus mitgeführten Aktionen zur Erhöhung der Reflexe, mein... Was? Ich halte. Ne, keine Ahnung. Nützt das Ding nicht. Oh, je mehr... Geld du quasi mit dir hast, desto mehr Reflexe und so kriegst du. Ja, das brauche ich ja nicht. Brauche kein Reflex. Ich kann das Item hier nicht aufsummeln. Welches Item jetzt? Hier draußen. Oh Gott, ich... Sollte eine Rissaufnung, du gehst wieder... Oh, hier draußen. Hallo, hier hinten. Hallo, hier hinten. Ja, öff. Ich kann auch mein Licht anmachen, damit ich hier winke, da hinne. Kannst du das nicht aufheben? Nein. Nein. Ich kann ja nicht X drauf drücken. Rationen. Also ist das jetzt schon wieder... Weitere, so sagt niemand... Habe ich nicht mal bekommen. Okay, das ist jetzt nichts. Äh... Es muss davon abgeraten werden, das hier in seinen jetzigen Zustand zu verspeisen oder in seinem ursprünglichen. Okay? Was hast du jetzt von der Seelen herbekommen? Naja, hier war ein Gegner hinter den Kisten. So, ja. Sagen wir hier, Aktion. Ja, ist... Ich suche die ganze Zeit diese anderen... Ähm... Der... Äh... Äh... Die anderen... Achso, die anderen. Vielleicht gibt's ja nur das hier. Sehr belastend. Hm. Passiert. Ich synchronisiere den jetzt einfach. So. Ah. Und dann, äh... Ja, dann... Auf zum Observatorium. Ich will das auch mal verbessern. Gucken, was da noch so alles kommt. Mehr Kognition verschafft Zugang zum Fortschritt der Technologie und Verteidigungssystem und erhöht deren Schaden. Äh... Hier oben war das genau. So, und jetzt hast du gesagt... Säule. Ah. Gott, auf... 22.000... Oh mein... Hä? Nicht, kann es... Oh, jetzt geht's plus 6. Okay. Hä? Bonus. Ja, der Bonus ist komisch. Was ist denn jetzt... Warum kostet das Rot? Ich hab doch genug Aktionen. Steht das auch nicht. Hä? Ich konnte es auch machen, aber... Ich auch. Ach, was danach kommt, kostet auch mal 22.000. Mehr. Oder so. Keine Ahnung. Bei... Nochmal nach rechts kann ich nicht... Oh, das ist jetzt... Ne, das ist jetzt auf Stufe 6. 96. Ach, Handy, hör auf. Warum? Erstmal... Erstmal Handy stumm schalten. Wupp. 22.000 kostet. Es hat mich 38.000 gekostet, obwohl da kosten so 20.000 Stunden. Hm. Verbinde ich mich mal hier mit und nutze mal wieder alles, was ich so gefunden habe. Du dies. Äh, es ist ja wieder einiges. Ich kann... Oh, doch, ein Level kann ich schon machen. Äh... Nein. Ist es mehr Tragkraft, oder? Mir fehlen 500. Mobilität, 99% hab ich. Wo steht Mobilität? Da. Unter Aktionen. Ich hab 71%. Hm. Ich mach die Tragkraft ein bisschen wieder. Zack. Na dann, bist du ready? Ja. Gut. Dann würde ich aber sagen, das war's für die Folge. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lass uns einen Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Chirio. Sagst du noch Tschüss? Äh, ja. Nein. Tschüss. 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 Tschüss.